Und da sind wir wieder und ich glaub mit dem Splitter aus der letzten Episode holen wir uns das Waffenlager wieder. Warum? Weil wir es können. Nein, weil ich unbedingt noch mehr Schießwaffe brauche. Ich muss es jetzt, weil ich unbedingt die Waffe wechsle. Ich würde zwar gerne aufmotzen, aber es ist sehr wichtig. Was ist das Kaispilot? Wir müssen nur vier Waffen finden, das wisst ihr auch. Ich tue mal, wo da rüber eine Ecke aufhört ich hin. Also wir können das jetzt aufhört, okay. Ja, dann schauen wir mal um den nächsten Ding. Nachdem du die Bastion zerstört, brauchen wir den Splinter, um alles aufzuwerten. Yay! Ah, hier ist das ordentliche Ding. Punktes Limet, Limet. Jetzt wird es nicht mehr. Okay. Two words? Ah, klar. Oh, man. Oh, man. Was wird hier stattfinden, was gonna passieren. Das war's für heute. Not, but a freakshow. Toll, es dip. The Army's Triggers once had the place on lockdown. Kid might as well pick up while they left off. Blam! Just like my fighting days. A gun like that can even put the wilds in check. Blam! 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 The whole place shudders in a fit. The grand rail of Point La Maine. Not only is it still there, it still works. Of course it's no longer shipping hides and aloes and spices, but he can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. The grand rails all grown over with things the Calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Let's go. Let's go. Let's go. Die Kinder lässt ein paar von ihnen überlaufen. Die Lunk-Heads sind in wie sie gewinnen. Wer ist doch endlich vergiftet? Brauch ich wieder heilen denke Geht's fancy footwork on the rail, but with wallflowers, cough, and fungus everywhere Only one way to cure a cough like that Hammer 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 Zelandia Zelandia lost many good men on the rail. Of course the Grand Rail seemed much more fighting in bygone times. Near around fifty years ago, fur shots fired in the Ura-Zelandian War. The place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Okay, 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 okay. Wir werden nicht geschafft, wir sind jetzt hier. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Okay, aber ich habe kein Blatt. Da sind wir jetzt mit irgendein riesiger Endbus. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Oh, man. Jetzt komm, stirb endlich, du Bröder sauer. Oh, okay. Well, the rail won't last much longer now that the king took the shard. It's still got one good run in store for you. All the rotten wood there on the rails, turn it into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While shooting a genuine registered army carbine? While choking on swamp weed? While pecker's trying to prick you in the eye? Well, let me tell you, it ain't fun. Well, let me tell you, it ain't this stuff. But then, at last, it's the end of the line. He'll be picking swamp weed out of those boots for days. Turns out he's got company up at the rail station waiting for him. Let's go. Anyway, let's go. Guys, chase you. I can't, but what I can't do, so. Come on. You did that? Treffen wir hier Okay, jetzt haben wir das besiegt Spot wieder irgendwas anzufassen, ich habe keine Heldrenke mehr Was ist das? Oh, es ist ein Papier von Sein. Er hat den Schad, den Hit, und die Note. Das ist ein Passkett. Okay. Okay, why will the Zolk get rid of it? Huh? But now we know how to get rid of it, right? Ah, wir können das viel weiter aufwerten. Aber, weiter geht's in die nächste Episode, dann viel Spaß, bis dahin wünscht euch eure Lapis, tschüss.